hey freunde ich grüße euch ja neue gitarre nein ist nicht meine das ist die das die neue gitarre vom von patrick ja von meinem kumpel patrick der mir letztes jahr auch schon seine gibson lpj 2014 zugeschickt hatte der hat sich jetzt die neue gitarre gegönnt ja und zwar hier die ltd iron cross james hetfield gitarre mein erster eindruck von der gitarre ich habe sie natürlich schon am verstärker gespielt ja und so weiter aber das dazu kommen wir erst später jetzt erst mal möchte ich so meinen meinen ersten eindruck von der gitarre kund geben euch kund geben erster eindruck recht laut ja obwohl der body der body jetzt nicht dicker ist als bei meiner custom so eigentlich sogar noch ein bisschen dünner ist ja das macht die gitarre aber auch leichter ja also ich muss sagen die die iron cross ist für eine less point ähnliche gitarre schon ein recht ein recht großes leicht gewicht ja und wir haben ja eigentlich so typische specs von wer so lässt ball kastung seit eben abgesehen davon dass das dass der body hat nicht so groß ist nicht so dick ist haben wir mal gehabt mahargoni korpus ahondeckel mahargoni hals ebenholzgriffbrett ja das img james heck viel z etwas andere schaltung wie man es gewohnt ist ja hier ist zwar so ein blind spot kann ja der aber nur optisch da heißt er hat überhaupt keine wirkung ja umschalten tut man die hier über über diesen switch hier unten ist halt so eine typische james hatfield mani dass der ist ja klar der weg von hier nach da ist kürzer als von hier nach da aber was gewohnt ist das ebenholz ist einer guten qualität ja also ich bin zufrieden ja als ich die gitarre zu ihm zugeschickt bekommen habe ich habe die gitarre jetzt seit gestern zu hause ja das erste was ich gemacht habe nach dem anspielen erst einmal seitenlage korrigieren ja weil die seitenlage die war mir ein bisschen zu hoch ja ich mag das ja immer ganz gerne wenn wenn wir den zwölften bund das das gator grip 1.2 der quatsch 1.5 oder 1,5 mm wenn es in den bünden schön hängen bleibt ja also das habe ich ja hier im zwölften bund habe ich jetzt so gerade eingestellt das ist die seiten gerade dass das spektrum gerade so hält und das gleiche haben wir auch hier unten im zwölften bund ja hält auch bombenfest und somit kann man schon sagen eine allgemeine gute seitenlage ja auf mich wird diese gitarre sehr hochwertig ja verarbeitet ist sie wirklich sehr gut ist mittlerweile die zweite die der patrick sich halt hatte hatte zu schicken lassen die erste die hatte gravierende menge einmal war halt hier am sattel war der sattel nicht nicht aufliegend dadurch waren die die seitenlage ein bisschen zu hoch ja jetzt konntest du machen was du wolltest und der abstand zwischen zwischen dem sattel und dem dem holz des headstocks ja also hier so diese 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 kleine naht zwischen dem zwischen dem sattel und dem holz war da war eine kerbe drin also hättest du noch ein plektum einstecken können theoretisch ja ging natürlich nicht gleich zurück die nächste zugeschickt bekommen das ist jetzt die da wieder hier und ich muss sagen mir gefällt sie wirklich sehr gut ja ist made in korea ja also was halt auffällt ist dass die dass die hier diesen diesen bierbauchschoner reingemacht haben dadurch dass das binding hier quasi unterbrochen haben ja aber ich meine die gitarre ist kein nitrolack ist das ist dieser das ist dieser acryl black also dieser 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 hochglanz finish aber hochwertig und die gitarre ich habe es ja auch schon angespielt sie klingt auch sehr gut vom 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 greifen her für mich also für alle die eine lesbore custom haben oder eine eine gitarre mit 60er art 60er stil hals shaping mit der gitarre kommt werde die zurecht kommen ja weil die gitarre die hat der hals erfüllt sich ist zwar jetzt nicht 100 prozent identisch mit einem 60er hals gibt es gibt es ein 60er hals aber doch dennoch sehr identisch ja was mir persönlich sehr entgegenkommt weil ich bin an glorias hals gewöhnt und ja ja man hat hier lcd seine eigenen security locks eingebaut die auch ein bisserl ich habe ein bisschen stimme stimmen schwierigkeiten gehabt ja kann aber auch daran liegen dass da die seiten vielleicht nicht so ganz ausgedehnt gewesen sind ja und aber jetzt mittlerweile ist recht stimmstabil und kann man lassen ja also ich habe ich habe mit der mit der gitarre sehr sehr viel spaß wenn ich mit ihr spiele natürlich wenn ich sie jetzt vergleichen würde mit gloria mit der schwereren und auch locker mal doppelt so teuren gibson les paul custom wenn ich sie direkt miteinander vergleiche vom handling her geben die sich nicht viel ja also das ist natürlich wenn man jetzt hier so sieht zum beispiel das binding ja das ist hier schön glatt wie es die koreaner halt machen ja das binding das ist das ist das ist von der ebene her mit dem griffbrettholz oder mit dem mit dem hals auf einer ebene deswegen man spürt hier nichts das ist bei gloria jetzt nicht der fall ja bei gibson da spürt man das da ist ein binding das wurde eingesetzt das wurde nach bearbeitet ja da spürt man so eine leichte riffelung ja aber das ist jetzt nichts wo ich jetzt sagen würde es ist ein mangel das ist halt eben eine gibson ja und das ist halt eben eine gitarre aus aus korea ich glaube die kostet so derzeit so um die 1100 1200 euro oder so ja aber ist eine gute gitarre wenn man wenn man jetzt james hatfield fan ist ja oder sie sich einfach nur kaufen weil sie einfach nur schön ist ja ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß ich habe auch schon einmal in einem video wo es um meine meinung geht in bezug auf signaturgitarren also die snakebite würde ich mir zum beispiel nicht holen die truckster auch nicht als metallica fan ich bin ja auch metallica fan wie so viele auch aber was jetzt so dass das handling angeht ja das gewicht ist schön ist nicht schwer ist nicht so schwer ist nicht so leicht ja sie resoniert auch ganz gut und ich muss auch sagen gut das james headfield set ist halt eben nicht img 81 und img 85 so klanglich sind diese pickups schon sehr verschieden ja wenn ich diese wenn ich jetzt diese dieses james headfield set vergleichen würde jetzt zum beispiel vielleicht mit denen mit den passiven pickups die jetzt in meiner ltd drin sind ja dann muss ich sagen diese hier die pickups das sind das sind rein passive pickups und die klingen auch wie rein passive pickups ja im gegenzug zum james headfield set die klingen doch muss ich jetzt schon wirklich sagen für meine ohren für mein empfinden wie so eine mischung aus aktiv und passiv ja also du hast das bist du hast dieses 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 ausgewogene gefühl die klingt anders da ja wenn man sie auch anspielt gerade ich so mit oder oder 1 auf gelb geschaltet jvm und den volume regler zurückgedreht am hals man hört schon das ist das sind zwar img's aber mit einem touch von passiven pickups ja also das alles was was jetzt so typisch für img gilt ja ja die nehmen die beste weg und dadurch klingt die gitarre dünner und so weiter ja unten diesen pickups ist dieses ist es wieder ausgeglichen ja und ich habe auch schon gehört zu hören bekommen also den direkten vergleich zwischen dieser gitarre und der karte der lesbo custom habe ich jetzt noch nicht gemacht das kommt aber noch ja ich habe das gefühl dass james headfield set klingt abgesehen davon dass es ausgewogene klingt trotzdem noch ein bisschen fetter ein bisschen fetter ja also die gitarre drückt ein bisschen mehr ich weiß jetzt nicht wie jetzt die pickups klingen würden wenn sie in der lesbo custom eingebaut werden ja das ist vielleicht komme ich irgendwann dazu mir mal so ein james headfield set zuzulegen und die dinge aber austauschen das geht ja mittlerweile ganz schnell mit den img das runter lässt ja stecker raus stecker ein fertig ja mal gucken weiß ich nicht also jedenfalls mir persönlich mir gefällt das img set ist allerdings jetzt nicht wenn man jetzt die img 81 85 gewohnt ist ja und dieser attack diese präzision diese pickups machen eine gitarre ja sehr schnell und sehr präzise ja nehmen natürlich auch ein bisschen die beste weg das stimmt schon ja da ist ist schon stimmt ja aber wenn du viel schnell spielst und präzise greifen willst beziehungsweise präzise die die seitentrennung hören willst ja dann ist das jetzt hier so ein mittelding ja also so ein kompromiss ist so ein kompromiss zwischen 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 aktiv und passiven pickups wer das mal probieren möchte sollte das wirklich mal machen schaden tut es nicht auch wenn man sie sich kauft sich nachträglich einbaut die sind zwar sehr teuer ich glaube so um die 200 250 euro das set ja aber das img 81 85er in chrom die ich sie damals gekauft hatte ich habe dafür auch locker bezahlt so etwa 300 euro ja also es ist schon und musst du noch zu sehen dass ich passende polis dazu kriege weil halt eben also die 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 polis vom schaft her nicht nicht lang genug gewesen sind um sie jetzt durch den dicken body einer lesbore custom einer gipsen lesbore custom durch zu kriegen ja aber wie gesagt das war jetzt nur so ein kurzes video ein first impression video von mir über diese gitarre ich finde sie sehr geil das ist würde ich schon sagen vielleicht die erste trotz dass sie weiß ist und trotz dass es eine signatur gitarre ist ich denke diese gitarre hat durchaus potenzial was ich sagen würde ich würde sie mir anschaffen ja also vielleicht wenn ein tausender übrig ist oder so also ich würde sie mir anschaffen ja das ebenholzgriff brett ist es auch nicht so das allerbilligste man sieht es ja auch gleich ebenholz ist ja eigentlich dunkel es gibt aber auch helleres ebenholz von der farbe her von der qualität her macht sich das jetzt nicht so viel also zwischen der und meiner lesbore custom ja und ich stehe also ich ich persönlich ich stehe total auf ebenholzgriff brett der sound ist einzigartig und das hört man auch bei dieser gitarre und ja also ich werde diese gitarre noch in einem vergleich bringen ja das wird auch natürlich als video geben ja aber zu einem späteren zeitpunkt okay also das war jetzt erst einmal gemeint mein erster eindruck von dieser gitarre dem patrick seine isp ltd iron cross james hat viel signatur gitarre ich finde sie geil vielleicht ihr auch wenn ihr dazu kommt sie mal auszuprobieren macht das ruhig wer weiß wie lange es die gitarre noch gibt bis das nächste modell rauskommt ja okay gut mal sehen was ich wann ich zu einem review komme werde aber auch noch kommen vielleicht hier bei mir vielleicht bei gitarre und friends mal gucken okay freunde rock on